Seit mehr als 60 Jahren schwören Millionen von Anwendern in aller Welt auf das WD40-Multifunktionsprodukt. Seine vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und dem einfachen Sprühsystem machen es zu einem unverzichtbaren Bestandteil jeder Werkstatt- und Werkzeugkiste. Der integrierte SmartStraw-Sprühkopf hilft dem Anwender ganz einfach zwischen einer flächigen und punktgenauen Sprühanwendung zu wechseln. Zudem verliert man das rote Räuerchen nicht mehr. Das 360-Grad-Ventil macht auch ungünstige Stellen einfach erreichbar. Es erlaubt dem Anwender das Sprühen in jedem Winkel, auch wenn die Dose auf dem Kopf steht. Aufgrund der extremen Vielseitigkeit ist das WD40-Multifunktionsprodukt ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Kraftfahrzeugprofi. Es reinigt, schützt, schmiert, durchdringt und verdrängt Feuchtigkeit. Das Produkt verwendet ein Kohlendioxid-Treibmittel anstatt Propan-Butan, das in vielen Aerosolen eingesetzt wird. Das bedeutet, es ist voll mit nutzbarem Inhalt. Wenn auf der Dose 500 ml steht, bekommt man ohne Treibmittel 500 ml Wirkstoff. WD40-Multifunktionsprodukt eignet sich hervorragend für eine Reihe von Anwendungen, wie zum Beispiel Reinigung und Schutz von Metallteilen, Verdrängen von Feuchtigkeit und Schmieren und Schützen von beweglichen mechanischen Teilen. WD40-Multifunktionsprodukt kann auf einer Vielzahl von Materialien wie Metall, Holz, Kunststoff, den meisten Gummisorten und Glas verwendet werden. Es ist silikonfrei und damit sicher in allen Kfz-Umgebungen, von Werkstätten bis zu Lackierereien. Schnelle Anwendung, wirksam, spart garantiert Zeit und Geld. Warten, pflegen, erhalten. Mit WD40. WD40 Specialist Hochleistungsrostlöser dringt schnell in verrostete und korridierte Teile ein. Es wirkt sofort, ist stark wasserabweisend und funktioniert bei Temperaturen von minus 20 bis plus 90 Grad Celsius. Die niedrige Oberflächenspannung ermöglicht eine schnelle Kapillarwirkung, die schnell eindringt, schmiert und festsitzende Teile löst. Das Produkt hat eine Vielzahl von Anwendungen, wie das Lösen von festgefressenen Befestigungen und verrosteten Komponenten. Mit dem Smart Straw Sprühkopf können punktgenau auch schwer zugängliche Bereiche wie Lager und Gewinde erreicht werden. Der WD40 Specialist Rostlöser ist ideal für den Kfz-Bereich und kann auf Metall, Aluminium, Gummi und Kunststoff angewendet werden. Er spart Zeit und hilft mehr Autos auf und von der Bühne zu kommen. Warten, pflegen, erhalten. Mit WD40. WD40 Specialist Hochleistung Silikonspray verhindert nicht nur Verklemmungen und Blockaden, es weist Feuchtigkeit ab und ist besonders druckbeständig, selbst bei extremen Temperaturen von minus 35 bis plus 200 Grad Celsius. Silikon bietet ausgezeichnete Materialverträglichkeit für Kunststoffe und Gummi. Seine einzigartigen Eigenschaften hinterlassen eine Schutzschicht, die Komponenten vor Alterung oder Rissbildung schützt. Das Produkt kann zur Schmierung von Dichtungen und Gummiteilen zur Schmierung von beweglichen Teilen und auch zur Verlängerung der Lebensdauer von Gummikomponenten wie Rohren und Schläuchen verwendet werden. WD40 Silikonspray kann auf Metallen, Holz, Kunststoffen und Gummi angewendet werden. Ideal für die Verlängerung der Lebensdauer dieser Teile. Warten, pflegen, erhalten. Mit WD40. Mit über 60 Jahren Problemlöserfahrung verfügt WD40 über ein umfassendes Portfolio und hilft, die anspruchsvollsten Aufgaben im Heim und Handwerk zu erledigen. Warten, pflegen, erhalten. Mit WD40.